Was für die Absolventen von heute einen immer größeren Stellenwert hat, das erleben wir in den Gesprächen, ist Work-Life-Balance. Und das ist etwas, was wir sehr ernst nehmen. Und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass das je nachdem, wo man bei uns einsteigt und in welchem Bereich man bei uns arbeitet, durchaus sehr unterschiedlich wahrgenommen wird und aber auch sehr unterschiedlich interpretiert wird. Also man kann bei der Uni Credit Privates und Berufliches sehr gut miteinander vereinbaren. Das Gleichzeitmodell erlaubt es. Über die Arbeitszeit hinaus unterstützt uns die Uni Credit zum Beispiel durch den HVB-Club, wo wir vergünstigte Fitnessangebote bekommen oder auch andere Sportangebote, die wir nutzen können. Daneben gibt es das Skimeeting, das jährliche in Italien, wo man daran teilnehmen kann und dort eine Woche lang Skifahren gehen kann mit den Kollegen zu vergünstigten Konditionen. Was ich sehr spannend finde, ist der FNA, also Finance and Advisory Soccer Cup im Sommer, wo wir zusammen Fußball spielen und wo quasi einen Tag gegrillt wird und Fußball gespielt wird. Bei uns im Unternehmen ist es so, dass jeder die Möglichkeit hat, das in den Gegebenheiten des jeweiligen Arbeitsplatzes eben flexibel mitzugestalten und eben auf die individuelle Lebenssituation anzupassen. So, dass eben hinterher die Zeit im Büro und die Zeit außerhalb des Büros gut ineinander greift und man eben beides gut unter einen Hut bekommt.